nicht ruf habt ihr nur idee nur eine idee macht die tür auf ich will da nach links hin da brauche ich das noch mal hier oben das kann ich nicht noch mal hier oben gebrauchen 1 muss ich ja kurz mal runter der strahl ist ja gerade volle kanne drauf ich mich nach hinten lehne um besser sehen zu können aber der strahl ist ja schon richtig das ist ja der nächste logische schritt da bin ich hier und macht euch meine durch die verwendung von gewichten sorge ich ja dafür dass das ding jetzt so bleibt jetzt sind wir alle aus jetzt kriegt die wieder anwerfen hier ist noch diese kille machine und was rechts von dir habe ich auch schon gelegt aber es ist einfach nur schon mal einfach gegenlaufen man läuft einfach das ist ein knopf ich habe nicht erkannt dass es ein knopf sein soll ich dachte es einfach nur naja dieser verkommen die falle erkennt man doch hat sich rettet sich hat zu wenig machen wir es erstmal so das ist ja nur ein bisschen rüber ich wollte gerade sagen also meine erfahrung ich finde super dass sie sich gegenseitig klopfen warum schlägt sich selbst warum schlägt sich selbst so so ah alle wo ist ein starker magier du schaffst das jetzt will ich noch mal so ein würfel drunter klemmt der wirft überlebt es nicht ich also dementsprechend auch nicht mit dem mit dem krieger los rennen weil der kann sprinten der hat die sprintfunktion oder ich habe jetzt gelernt dass ich verließe toll und er hat sich hochgeklettert also schon aber halt nur so umständlich nein mein klötzchen turm der finger unten waren kann man ihn ziehen ist ja nett aber das war ja nicht ich habe jetzt gelernt man kann ja den hier machen kaktus müde kaktus schlaf kaktus mal das sind nein der erste weg verarschen mich doch sei wieder gerade die happy in your face aber warum warum gibt oh gott habe ich glück gehabt warum hat das dann nachgegeben das gibt der gibt nicht nach ne lebt mal dran da so weit weg ich habe aber noch eine brücke noch wenn du noch auch so ein ding hier platzieren muss ja nur lange lange genug reichen dass ich selber drauf hüpfen kann ach komm oh man hello my friend are you friendly 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 not friendly not sure Nee. Fuck you. Ich will nicht. Ich mag sowas nicht. Ah, ich bin im magischen Kreis gefangen. Ich bin im magischen Kreis gefangen. Einfach im magischen Kreis sein. Au. Okay, das ist deadly. Hä? Achso. Ah, ich sehe, was ich machen muss. Alles klar. Komm her. Oh, gerade wo es lustig wurde. Das ist nicht lustig. Äh. Okay. Will ich einen Krieger wieder, oder? Hä? Hahaha. Aber ich habe einen Krieger nicht. Natürlich. Ich will nicht. Aber ich will link. Achso. Oh, nö. Ah, Hilfe. Excuse me. I'm from the Sicherheitsbehörde. I don't think you are sicher here. Der Haus ist falling auseinander. Äh, vielleicht ein Explosionsfall? Ist das nicht ein Explosionsfall? Ist das nicht ein Explosionsfall? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Ich sehe schon. Ich will jetzt mal da durchlaufen. wenn ich den da umdrehen angreifen aber ich kann nichts machen ich kann nicht kaputt machen schafft man nicht so dass ich meinen hammer nicht hatte hoch, rüber, hoch, äh, weiter, oh boy, ähm, napsdrücki hey ich habe alles richtig gemacht bis auf den letzten wenn ich aber hier drauf stehen bleiben, nicht schon richtig na, 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 so ich kann gleich auf dem linken stehen bleiben musst du den Pfeil treffen gleich jetzt hier kann ich ja mal wieder entspannt bauen erst kommt eine danke ich hochwerfe währenddessen ja, nee, was mache ich denn dann so ich wollte sagen, wo bleiben hier meine, meine freundlichen Kollegen von der, von der, von der, von der, der Hausverwaltung hier äh nett stell dich mal drauf auf meine Fußmanne ja, haha, voll cool nochmal der, komm her komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her nicht du, der da du nicht wer will nicht täuschend ach so man, ich habe, ich habe langsam, ich habe echt einen zu guten Blick fürs Game, ne ich bin enttäuscht von mir, dass ich so gut bin you know what I mean weil, obviously, den Skorpion und eine, eine, zwei Schlangen abbilden hier ist eine Schlange guess what I have to do okay, nicht okay, so, 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 so obviously bin ich jetzt gerade noch nicht richtig ach so, knapp, was sind das da muss zwei Schlangen sein oh, hier muss einmal ein Skorpion sein tadaa oh ach so, jetzt brauche ich das Ding hier hinten komm mal mit komm zu Papa komm her nee Moment, bin ich jetzt jetzt bin ich doof Moment, jetzt habe ich kann ich das so anwinkeln von dort ha, kann ich nicht aber ich kann den anwinkeln, alles klar aber es kläre ich ja, da wird doch genau die passende Gewichtsklasse haben, ne muss ich dann irgendwie dazwischen geklebt bekommen ach so, so, äh, man muss erst mal so äh, nein nein okay so und ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich gerade selbst verbaut aber ne, passt jetzt ist schon Nacht oh wünscht euch was, Sternschnuppen da waren gerade zwei Sternschnippchen ihr dürft zwei Wünsche euch denken seht, Sternschnuppen danke doch schön mal nicht zu schwitzen wie gleich frierst du, weil es kalt ist in der Wüste ist es nachts nämlich eiskalt ein Erdbeben wie wär's zur Abwechslung mal mit Flucht äh exo-gott ist da jetzt wir sind original bei Star ausgeblieben ich glaube der Star, dass ich die Babys kaputt gemacht habe angriff auf das Königreich wurden die Helden des Trine in eine ferne Einöde entführt die Reise der Helden durch die sengende Wüste hatte sie zu allem Überfluss noch in einen Verdauungstrakt gebracht ein riesiger Sandwurm war aus dem heimtückischen Sand gekrochen und hatte sie bei lebendigem Leibe verschluckt so äh, klingt nach einer guten Stelle um eine kleine, kleine, kleine äh, Futterpause zu machen ähm ja, ich müsste jetzt entschuldigen ich versuche halt immer ich versuche mach grad so äh, intermedierendes Fasten glaub ich heißt es wieder ich hab vergessen ich weiß echt nicht ich mach grad irgendeine Art von Fasten und das heißt ich muss auch äh äh, und ich mach dann 20 Uhr sozusagen wie die letzte echte Mahlzeit dann ist erst mal 16 Stunden lang Pause angesagt und wir haben es kurz vor 20 Uhr das heißt wir machen jetzt genau es passt ja auch gerade schön ne, kleine Pause wenn ich hier Escape drücken also ne, erst das und dann ich mach gleich Escape und dann, äh hol ich mir was zu essen mach mir ne Pause doch im Bauch einer Bestie zu landen war dennoch wenig erbaulich schön, dass wir da durchsliden, ey Trine ich verlange, dass du uns zu Vortreten kommst nur wegen dir haben sie Margret überhaupt entführt wir finden einen Ausweg keine Angst wir haben schon Schlimmeres gesehen ja, aber wir haben noch nie etwas Schlimmeres von innen gesehen so, wie gesagt kleine, kleine, kleine Pause ab jetzt nur, wir spielen weiter Leute ich hab mir hier seid ihr anwesend ich hab mir hier seid noch wach ich hab hier, ihr habt die Zeit auch genutzt um theoretisch mal ein bisschen was zu schnabulieren ich geh erstmal sterben füll den Magensäure so, so fühlt sich also die Gurke gerade in meinem Körper an äh 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 interessantes Konzept Alter, ist das lecker ich liebe es in Körperregionen rumzulaufen was zum Fick hab ich da gerade gemacht? hä? ok so, ok äh ja, irgendwie die Tasten gedrückt ich bin da oh, ich mag das hier nicht das ist so eklig hörst du mich ich habe kleine, feuerballwerfende Kinder genau wie du kleine, schleimschleudernde Babywürmer hast aber Amadeus' Stimme trug nicht weit genug und selbst wenn den Burren hätte es wohl wenig geschert was sein Mittagessen zu sagen hatte ah, Hilfe oh was a oh ah oh 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 was ist das denn für ein level mann als leimi alles eklig hier ja warum hat der wesentliche zentakel dinge wurde das jetzt schon wieder finde ich will das nicht ziehen was ist das aus der kurbel war das stieß muskel die ich auch gezogen habe heute wir hinten drauf der kick auf einmal die stiftung durch und bemerkt dass wir uns bewegen der worum ist auf den weg irgendwo hin so ich glaube es geht ja darum das system mag das labo nicht nein ich hab den scheiß tentakel fisch gefressen das sind dafür zu töten hier willst du haben das ist alles ach nein das war falsch mal das so das kann ich auch so lösen alles klar ich mag das level nicht ich bin ekelig das war jetzt damit also dann bewegte eine plattform saurenregen schalala Okay. So. so ich bin ein schrecklicher mensch aber auch nicht unbedingt liebe und wärme aus ja angesichts der gefahr diese stachlige stählerne maske aufzusetzen gewiss wie eine richtige eiserne jungfrau ja toll nee warte moment ist das hier abziehen da kann ich viel das holz brettchen da haben kann nicht metallmagnetisierung das ist nicht das was ich suche die könnte ich denn bitte schön ja wie soll ich denn ja ich wusste ich habe ein technical problem wenn was da drum liegt dann ist halt blöd ohne meine bogen schützen kommt doch jetzt der weg hier unten vielleicht ist das ein weg hauptsache ich habe einen Schatz gefunden hört die Omen die Dunklen vom Ende der Siedlung hier munkeln erst Rebellion aus Feuereinturm man verschlingt ein riesiger Wurm Baum und Kobalt den ganzen Land bis nichts mehr bleibt als nackter Samt das ist soviel Erfahrungspunkte kriegert als Belohnung bringt mir das was? ne ich bin jetzt stuck cool was ist das die D-Pflicht? muss ich dieses Ding hier einfach mit ne bringt mir ja nix oder? guck mal guck mal mit aber vorsichtig und jetzt vorsichtig ablegen geht nicht ne Holzbrett kann ich da auch nicht von der Decke reißen äh 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 ich glaube ich bin technisch nicht in der Lage äh 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 diesen Part zu meistern Leute Ideen Vorschläge äh irgendwas was bringt mir das wenn ich dann Würfel anklemmen kann hätte ich diesen einen hier wegziehen können hätte ich gesagt alles klar ich kann damit was anfangen aber so warte mal geht's nur um den Boden Moment ne auch das Gestrüpp alleine schon prägernd man könnte Ehre folgendes ein großer Würfel da drauf jetzt so ne Planke ja ja ist mir eigentlich erstmal egal und jetzt noch so ein Würfel da drauf vielleicht ein bisschen nach links so okay da kann ich's vielleicht ich hab jetzt keine keine vierte oh es hat geklappt äh ah Hilfe ah ah was ist das ich mag das Level nicht ich sag wie es ist ich find's scheiße ah da ist ja auch so ii ah ii ah oh warte warte kann man da drauf klettern aber man kann auf diesen Viechern drauf klettern alles klar oh Gott ich sag's okay Vielen Dank.